Das ist hilfreich. Pistolenmunition. Oh. Das ist eine Menge Schutti-Schutti. Schutti-Schutti-Bang-Bang-Bang. Ich glaube, es wird bald wieder aufhören, dass wir Talans bekommen. Und dann kommen wieder die doofen Soldaten, die eigentlich viel gefährlicher sind. Und wenn es nicht gerade zwei große Tilankrieger sind, ich alleine bin, wenn ein enger Gang mit Feuer da ist. Das ist wirklich gefährlich. Ich will hier raus. Diese Sci-Fi-Geräusche machen mich wurschig. Gut. Ich finde, dieses Spiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man auch mit ewig langen, grauen Bürokomplexen eine Menge optischer Abwechslung bringen kann. Einfach weil, so das hier hatten wir doch nicht. Großes offenes Foyer mit ein paar Pflanzen drin und diesen Säulen. Es ist ganz nett. Es ist zumindest nicht langweilig. Nicht sowas, was Halo 1 gemacht hat. Nur mit uns. Da darf ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Halo 1. Wow. Wo selbst die Alien-Overlords Pfeile auf dem Boden brauchten, um sich zu orientieren in den grauen Klecks, den sie da für ihre Innenarchitektur gehalten haben. Naja. Naja. Hallo. Das muss Glenn sein. Hallo. Lass dich von mir nicht... Steht da. Hallo. Hallo. Ja, wie macht ihr? Ja, wie macht ihr? Ja, wie macht ihr? Ja. Wir haben viele Jahre her. Wir haben die Talan kohlend für den Militärchen und die Militärung nach der Sprechung. Ja, das klappt immer so gut. Eine Riesenarmee von Elf zu benutzen. Das war das Alfa-Projekt. Alle Testsbewerber sterben, außer einer. Der Bewerb war in einem Koma für ziemlich lange. Und der neuen Survivor ist hier mit uns jetzt. Alex? Wie ich? Oh. Derrick. Derrick, das ist Glenn. Ich habe gehört, dass du erwachst. Ich kann nicht glauben, dass du es so weit geschafft hast. Äh, genau. Ich bin nicht Raucher. Glenn, Derrick hat die Anerkennung der Anerkennung gezeigt. Anerkennung, sagst du? Er kann durch die Talon-Warrior-Schilden gehen. Also, das Alfa-Projekt hat nachher einen Erfolg zu produzieren. Derrick, du kannst näher den Nexus kommen. Komm her. Ja, gleich. Ich will nur eben lesen, was hier steht. Äh, euer Sacrifice... ...shhh... 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 ...ja, wo gehen wir denn hin? Nexus, Terminus... ...hier seid alle Latein-Profis. Tja... ...dann, ähm... ...lass ich doch bald mal meine Feinde an meiner, äh... ...Faustus schnuppern. Äh, was? Okay. Nexus ist etwas wie eine Kontrolltower für die Talon-Warriors. Das ist weshalb unsere erste Priorität ist, zu stoppen, Nexus. Das Projekt-Team arbeitet auf einem Plan, aber... ...hey, wir haben ein Ziel! Die Welt retten! Also, sowas in der Art. Dr. Ogawa! Die Soldaten haben uns geholfen, die Daten zu geben. Wenn wir nicht, werden sie kontrollieren den Forschungszentrum durchgeführt. Also, gib es ihnen! Kopien die Daten sollte nicht lange dauern. Aber, Dr. Ogawa... ...die Daten... ... ist weg! Was? Sie hat jemanden kopiert und verletzt es! Hm... Sind Sie sicher davon? Okay. Ich informiere den Militär. Du und der Rest der Team müssen auf Nexus konzentrieren. Ja, Doktor! Blöd. Ich nehme mal an, wir gehen hier durch die grüne Tür. This way! Gut. Ah... Jetzt fängt das wieder an. Das ist nicht Derrick! Das ist nicht Derrick! Handsome man! Mhm. Mhm. Okay. Dr. Ogawa! Dr. Ogawa! Die Soldaten haben uns geholfen, die Daten zu geben. Wenn wir nicht, werden sie kontrollieren den Forschungszentrum durchgeführt. Hm. Okay... Nein, 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 das muss so klappen. Okay, okay, voll. Das ist der einzige Hinweis, den ich habe. So, da. Lauf, lauf, lauf. Das ist alles für dich, Deereck. Danke. 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 Danke.